Freunde der Sonne, heute haben wir eine entspannte Radtour gemacht. Von Gedan sind wir gestartet, ein Stück den Vulkanradweg und dann auf den Bettenradweg, um dann wieder auf dem Vulkanradweg zurückzufahren. Eine wunderbare Tour bei bestem Wetter. Schaut euch die Bilder an, wenn ihr Lust habt. Das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.